Schock für alle Follower von TikTok-Star Cara Santorelli. Sie kam mit nur 18 Jahren nach einem schweren Autounfall ums Leben. Wie US-amerikanische Medien übereinstimmend berichten, starb Cara an ihren Verletzungen, nachdem sie in einen Autounfall im Bundesstaat Florida verwickelt war. Der TikTokerin wäre demnach ein Geisterfahrer auf dem Highway entgegengekommen. Dieser sei frontal in ihr Auto gefahren. Cara überlebte nicht. Auch der andere Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Caras Mutter und ihr Freund bestätigten den tragischen Todesfall bereits auf TikTok und Instagram.